Wenn Sie per Smartphone Ihre TAN-Nummern erhalten wollen, dann laden Sie sich bitte zunächst die VR Secure Go App im Google Play Store oder App Store herunter. Eine Anleitung dazu finden Sie in unserer Lernbibliothek. Installieren Sie zunächst die App VR Banking auf Ihrem mobilen Endgerät. Öffnen Sie die App nach der Installation. Lesen Sie nun den Informationstext durch und setzen Sie mit Weiter fort. Nun vergeben Sie sich Ihr persönliches Anmeldekennwort. Dieses muss mindestens 8 und maximal 20 Stellen lang sein. Achten Sie darauf, dass mindestens ein Großbuchstabe und eine Ziffer verwendet wird. Die Eingabe bestätigen Sie durch Klicken auf Fertig. Haben Sie Ihr Anmeldekennwort erfolgreich vergeben, so drücken Sie auf Weiter. Um Ihr Bankkonto mit der App zu verknüpfen, müssen Sie zunächst Ihre Bankleitzahl eingeben. Wenn diese erkannt wird, werden Sie gebeten, Ihren VR NetKey einzugeben. Diesen haben Sie per Post von uns erhalten. In einem separaten Schreiben wurde Ihnen Ihre sogenannte Startpim mitgeteilt. Geben Sie diese bitte jetzt ein. Zur Speicherung Ihrer Anmeldedaten aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken anschließend auf Fertig. Im nächsten Schritt geben Sie in dem Feld Aktuelle PIN erneut die Startpin ein. In dem darunterliegenden Feld können Sie sich nun Ihren individuellen PIN vergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihr neuer PIN mindestens 8 und maximal 20 Stellen lang ist, entweder rein numerisch oder mindestens einen Großbuchstaben und eine Ziffer enthält. Geben Sie Ihren neuen, selbst erstellten PIN zur Bestätigung erneut ein. Klicken Sie dann auf Prüfen. Sie erhalten nun eine TAN-Nummer in Ihrer bereits freigeschalteten VR-Secure-Go-App. Falls nicht, schauen Sie sich gern das Video zur VR-Secure-Go-App an. Alternativ generieren Sie Ihre TAN mittels des TAN-Geräts. Auch hierfür finden Sie ein passendes Video auf unserer Homepage. Geben Sie die TAN-Nummer ein und schließen Sie den Vorgang mit Fertig ab. Glückwunsch! Nun haben Sie Ihre VR-Banking-App erfolgreich freigeschaltet. Ihnen stehen nun alle Services zur Verfügung.